Wir sind hier in der Universitätsbibliothek und ihr werdet nicht drum rum kommen, hier auch mal ein bisschen Zeit zu verbringen. Entweder zum Lernen oder zum Recherchieren. Das macht ihr am besten im Online-Katalog der UB. Was leistet ihr denn da schon wieder alles aus? Finanzen. Finanzen. Wenn ihr in der Bibliothek Bücher ausleihen wollt, macht ihr das einfach mit eurem Studieausweis. Den müsst ihr nur am Anfang einmal freischalten lassen und los geht's! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Vielen Dank.